This is dedicated to the ladies that was down from day one. Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Bad Bitch Alarm. Es gibt so viele Bezeichnungen, Vergleiche und Schmeicheleien, mit denen jeder Nura beschreiben könnte, der einmal fünf Minuten mit ihr in einem Raum verbracht hat, ohne auch nur einmal ihren Beruf, ihr Geschlecht oder ihre Herkunft dafür heranzuziehen. Nura ist eine Antreiberin, ein Mensch gewordenes Pepeto mobile, eine Naturgewalt, in ewiger Bewegung, wirbelnd, beflügelnd, grenzenlos. Und eben eine der wichtigsten Rapperinnen der jüngsten Geschichte, das Deutschrap. Geboren als Nura Habib Omer in Kuwait, floh sie mit drei Jahren zusammen mit ihrer Familie im Zuge des Zweiten Golfkriegs nach Deutschland. Erster Stopp, ein Asylheim in Oberhausen. Zweiter Stopp, das eigene Familienheim im Wuppertal. Dritter Stopp, mit 13 ein betreutes Wohnen, wo sie bis zur Volljährigkeit blieb. Und schließlich Berlin. Da war Nura 18, lächzend nach Freiheit, mit einem Traum, aber kein Geld oder Connections. Aber Nura wäre eben nicht Nura, wenn sie nicht innerhalb kürzester Zeit hier alles aufgewirbelt hätte. Zwischen Punk und Rap, Berghain und Prinz Charles, Sprühern und Skatern begann sich das Phänomen Nura Stück für Stück zusammenzusetzen und mit Anfang 20 schließlich ihre ersten eigenen musikalischen Schritte, als Teil der Punkband die toten Crackhoeren im Kofferraum zu gehen. 2014 gründete sie mit Juju die Rap-Kombo Sixten. Zwei Female-MC's, die so durch und durch den Berliner Flair representeten, die alte Tradition aus Mutterficken und übers Limit zu ziehen pflegten und dennoch dem ganzen neues Leben einhauchten. Sixten veränderte im Handumdrehen die ganze Szene, ob es der nun passte oder nicht. Das ist eben das Gute an einem Perpetuum mobile, einer Naturgewalt. Sie lässt sich nicht aufhalten. Weder als Teil von Sixten, noch nach deren Auflösung als Solo-Rapperin. Sie veröffentlichte bisher zwei Alben, schrieb eine Bestseller-Biografie und spielte bereits in mehreren Serien und Filmen mit. Von den ganzen Festivals und Solo-Touren ganz zu schweigen. Nura ließ sich nie festlegen. Nicht auf eine Szene, nicht auf einen Look oder eine Vorstellung davon, was und wie eine Frau zu sein hat, erst recht keine muslimische oder schwarze Frau. Weder als Punkerin, noch als Rapperin, weder als Wahlberlinerin oder Habescher. Der Weg dahin war aber gar nicht so einfach. Es war ja früher, Deutschrap wurde ja sehr so nach Städten eigentlich. Es gab ja so Hamburg-Rap, Stuttgart-Rap. Man hat die dann auf die Karte gebracht und so. Genau. Ey, wir bringen Hamburg auf die Karte und wir bringen Jena auf die Karte. Weißt du, Heidelberg. Und Berlin-Rap war ja schon wie so eine eigene Kategorie immer schon so asozial, aggressiv, provokant. Und das hat man ja so mit Berliner Rap. Genau. Was bedeutete für dich Berlin-Rap? War das auch etwas, als du angefangen hast mit Rap, wo du dachtest, das ist halt eben auch die Kategorie von Deutschrap, die ich geil fand? Oder warst du jetzt gar nicht so Berlin-Rap-Race? Voll, 100 Prozent. Also ich finde, Berlin-Rap ist zum Beispiel KIZ. KIZ ist 100 Prozent Berlin-Rap. So, weil da geht's jetzt nicht um irgendwie... Also ich finde allgemein, Rap, da ging's ja jetzt nie so drum so, yo, ey, hier, guck mein Auto an und so. Ja, 100 Prozent. Aber wenn du rausgepoppt bist, dann hast du erst mal... Da hast du erst mal der Reale, der erst mal erzählt hat, ey, von da und da komm ich oder sonst was. Oder du hast es halt wie KIZ gemacht, so. Sozialkritisch, weißt du. Ähm, aber Sido zum Beispiel und so, die haben ja auch nicht als Rich Rich angefangen, sondern die haben am Anfang auch darüber gerappt, dass sie arm sind. Weißt du, was ich meine? Und das war so für mich so, glaube ich, dieses ganze Berlin-Rap, so Agro Berlin natürlich, KIZ natürlich, so. Aber auch die ganzen Untergrundsachen. Also ich hab jetzt gerade auf dem Weg hierher das letzte Album wieder gehört und da ist mir halt auch aufgefallen, so wie viele lustige Songs du eigentlich auch hast. Hey, Wixen ist Mord. Ja, genau halt. Und deswegen finde ich so, bist du halt so eine totale, eben so eine Spross des Berliner Raps, auch wenn du jetzt gar nicht unbedingt von hier bist. Was würdest du sagen, wie hattest du dich von dieser Bubble angezogen gefühlt, der Berliner Rap-Szene? Also ich bin, ich feiere halt sehr, wenn man witzig ist und dazu noch real ist. So, und das ist für mich so. Und natürlich, wenn dann auch noch irgendwie sozialkritisch was dazu kommt. Ich finde zum Beispiel, Audio und Jessin sind halt einfach auch so funny. Und aber auch, also es ist funny. Du kannst aber auch auf dem Festival einen heftigen Moshpil zu deren Songs machen. Du kannst aber auch einfach dein Feuerzeug rausholen und bei einem Song einfach nur mit deinem Handylicht. Also so, da ist alles dabei. Und ich, keine Ahnung, das interessiert mich irgendwie. Oder das feiere ich mittlerweile viel mehr als einfach so, aber ich liebe auch so weibige Songs und so. Es gibt eigentlich gar keine Musikrichtung, wo ich sage, oh, das ist das. Aber ich feiere am meisten, was ich auch gerne dann so irgendwie dann auch pumpe, sind dann so solche Sachen so. Ja. Erzähl mal generell von deinem Step in die Musikbranche. Du warst ja so am Anfang so als Hobby mit auch so Kneppenchor und Crack-Huren anfiegen. Und dann halt aber tatsächlich so, okay, ich mache das jetzt wirklich. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Irgendwann mal war es dann kein Schwarzgeld mehr. Ich finde das halt krass, eben wenn man sich überlegt, so auch neu mit 18 in diese Stadt zu ziehen, kennst du jetzt niemanden so richtig und so. Also ich frage mich immer so, wie, wo fängt man an? Aber man geht ja woanders hin, damit man niemanden kennt. Das war das erste Ding. Ich muss irgendwo hin, wo mich niemand kennt, weil ich keinen Bock mehr habe da drauf. Das können vielleicht Leute gut verstehen, die so aus einer Kleinstadt kommen, wo man für jede Scheiße verurteilt wird. Und wenn man so die erste Person ist, die etwas macht zum Beispiel. So die erste Person, die dann so komische Piercings hat oder sonst was. In einer Kleinstadt fällt das halt mega auf. Und ich glaube, dann hat man einfach keinen Bock. Und deswegen geht man dann woanders hin, wo man dann nicht auffällt. Aber im Endeffekt ist es dann schiefgelaufen, weil ich ja dann doch aufgefallen bin, so mäßig. Aber es hat, glaube ich, einfach damit angefangen. Bei den Crack-Huren war es halt einfach so, wir sind Freundinnen. Und am Anfang war es halt so, ey, wir machen das für einen Kasten Bier. Dann war es so, okay, ist nice mit den Mädels auf der Bühne zu sein und so. Also es war ja nicht, es war schon mit Singen und so, aber es war ja eher ein Theaterstück. Ja, Performance. Performance. Genau, es war so einfach eine Performance und da habe ich auch voll viel gelernt. Ich muss sagen, da wurde ich auch ganz viel ausgebucht und so. Das habe ich stärker gemacht für die ganzen Sachen, die danach kamen. Leute, die sich umgedreht haben und in eine andere Richtung geklatscht haben. Leute, die die Halle verlassen haben. Leute, die Mittelfinger gezeigt haben. Leute, die einen angeguckt haben, als würden die meine Hautfarbe nicht so feiern. Und so alles schon passiert. Alles schon passiert. Ich glaube, deswegen glaube ich einfach, dass es nichts geben würde, was mich so jetzt extrem schockieren würde, wenn jetzt irgendwas auf einer Bühne passiert. Außer wenn jetzt jemand auf die Bühne kacken würde. Das wäre jetzt schon etwas, was ich nicht erwarten würde. Aber ansonsten eigentlich habe ich mit allem gerechnet und habe schon alles so mäßig durch. Und das war gut, dass ich das einfach gemacht habe. Auch so, keiner glaubt mir, wenn ich so sage, ja, ich war in so einer Band, die hieß die Toten Crackwohn im Kofferraum. Also, was habt ihr gemacht? Elektromusik. Wie sahst du aus? Ja, wir haben Mülltüten getragen. Ja, das glaubt mir auch dann so niemand, weißt du. Aber ja, es war ein guter Anfang. Meinst du, es ist eine gute Art und Weise, so ins Musikbusiness reinzusteppen, wenn es vielleicht auch alles gar nicht so ernst ist von Anfang, sondern man ist einfach so... 100 Pro! Also, ich mache da halt jetzt mal so mit und mal gucken, so auf Soft. Ey, okay, gut, es kommt an. Ah, krass, ich lerne darüber neue Leute kennen. Vor allem voll weird, weil Musik war immer meine Passion. Seit ich klein bin, singe ich. Aber ich war so, ah cool, da ist jetzt so ein kleines Musikprojekt, was ich machen könnte, wo ich jetzt dabei bin. Aber nicht full hearted, weil es ist ja nicht mein Projekt. Aber ich kann Erfahrungen sammeln. Und das war für mich einfach nice. Egal, welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Natürlich habe ich beim Chor zum Beispiel viel mehr gelernt über in seiner Stimme bleiben, oktavieren, Harmonien singen und sonst was. Das habe ich jetzt bei den Crackworn nicht gemacht. Aber dafür habe ich Live-Erfahrungen gesammelt bei den Crackworn, die ich nutzen konnte, als ich zum Beispiel die ersten Auftritte mit Sixten hatte. Und ich zum Beispiel meine Aufregung gar nicht da war und dadurch, dass ich voll gechillt war, ich Juju runterbringen konnte. Weil sie zum Beispiel gar keine Bühnen-Performance-Erfahrungen hatte und so. Und dadurch war es halt geil, weil ich war diejenige, die sich auf der Bühne auskannte, so der Master of Ceremony, der halt viel labern konnte und ihr den Ball immer so gepasst hat. Und dadurch ist sie auch immer langsamer reingekommen und dieses Freireden auf der Bühne und so. Und das ist das, was ich glaube ich am besten kann. Fandest du es denn, als man dann Teil der Szene war und bei Partys hinter dem DJ-Pult rumstehen kann und man hat seine eigenen Partys und die Leute und Gäste liste, hat dich das empowert dann Teil der Rap-Szene zu sein? Weil so eine Szene kann ja durchaus Schutzraum, aber auch Kampfzone zugleich sein. Wie hast du das dann wahrgenommen, als du dann Teil der Rap-Szene wurdest? Also ich habe irgendwie, also wir waren automatisch irgendwie Teil, weil voll viele uns dann auch kannten und auch uns mäßig so supporten oder es waren auch Freunde von uns so. Und ich habe nie irgendwie mich weniger wert oder so gefühlt als die Typen und so. Und ich muss auch sagen, ich war, also klar, ich habe immer da meine Rapper-Kollegen und sonst was. Aber dieses, dieser Lifestyle mit am Pult stehen und cool sein und bla und dies und das, das hatte ich vorher schon. Ich war, sorry, aber ich war vorher schon in Berlin eine Icon. Ich schwöre, oh ein Scheiß. Deswegen sage ich ja bei Sixen, ich hatte schon Fame, als ich broke war. Und das war auch 100% so. Vorher hatte ich auch ein richtig tolles Leben vor dieser ganzen Rap-Welt. Und da wusste ich einfach, dass die Leute mich mochten, weil ich nur da bin. Und dann, als die Musik auf einmal angefangen hat, dann war es so, feiert ihr mich eigentlich noch als Person oder ist das jetzt so die Mucke? Weißt du? Mit Sixen brach ja dann auch wirklich eine neue Ära eigentlich in Rappern. Also wirklich, ich fand es krass. Es war wie so eine Zäsur, hatte ich das Gefühl, aus Szene und das Publikum. Super schnell wart ihr so, ich hatte das Gefühl von Rap intern so, yo, okay, die sind sofort Teil dessen. Aber das Publikum war so, what the fuck? Wer sind jetzt diese Ollen da und was machen die? Also ich glaube eher das Publikum, aber dann eher die männlich gelesenen Menschen. Weil die Mädels waren so, oh geil, endlich mal jemand. Also es ist jetzt voll dumm jetzt gesagt, Leute. Ich weiß, dass es ein ganz normales Ding ist. Aber die Mädels waren damals so, wow, cool, endlich mal jemand, der Beleidigung, weißt du, Fotze, dies, das. Oder einfach mal der Rübst. Oder ich glaube, die haben uns einfach gefeiert, weil wir einfach aussahen wie die Leute vor dem Fernseher. Und weil wir uns so angezogen haben wie die Leute. Und weil wir auch einfach broke waren. Weißt du, was ich meine? Ich finde es immer so unrealistisch, wenn jemand poppt, also jemand seinen ersten Song rausbringt. Und er ist vorm Lamborghini und sagt, hey, ich habe ein hartes Leben. So, Bruder, woher hast du den ausgeliehen? So, weißt du, was ich meine? Deswegen, wir waren real und das war das Ding. Und jeder oder jede Künstlerin, die jetzt mittlerweile rauskommt, die sind alle schon so Superstars. Und das ist so, wie sollen sich die Leute mit dir identifizieren, wenn du da oben bist und du willst gar nicht, dass die Leute auf dich hinaufschauen. Du willst gar nicht, dass sie auf einer Stufe mit dir sind. Wenn man sich unsere Interviews oder besser gesagt unsere Auftrittssachen anguckt von Sixten, siehst du, dass wir irgendwelche Designersachen tragen oder sonst was. Sie haben auch eine kurze Adidas-Hose. Wir haben die schlimmsten Klamotten. Ich wurde vor zwei Tagen noch geschadet dafür, dass ich mit Pulli und Jogginghose auf Southside Hurricane, die größten Festivals, gespielt habe mit Juju zusammen. Und wir waren mit den größten Schmodder-Klamotten da. Weißt du, was ich meine? Aber das haben die Leute an uns geliebt. Sag mir ein Künstler, der heute so rauskommt und einfach so ist. Weißt du, was ich meine? Das war ja das Krasse, dass ja auch ganz viele Leute mal meinten, ihr werdet gecastet. Das ist zu perfekt. Kompliment, danke auf jeden Fall. Auch danke, dass die Leute gesagt haben, wir haben unsere Texte nicht selber geschrieben. Bis heute. Die wissen gar nicht, was das für mich für ein Kompliment ist, wenn die immer unter die Sachen sagen. Das ist zu gut quasi, die kann das nicht selbst geschrieben haben. Ja, ey, die checken es einfach nicht. Das ist für mich keine Beleidigung, wenn du sagst so, ah ja, hat der Ghostfighter aber gut gemacht. Danke, also ich liebe es wirklich. Ich habe auch ganz viel Hate für Fair bekommen, dass ich das nicht selbst geschrieben hätte. Und das war für mich so eine, das war so schön, das hört sich jetzt dumm an, aber es war sehr schön zu hören, dass die Leute nicht denken, dass ich das geschrieben habe. Hast du eine Lieblingsline auf Fair? Ähm, auf Fair? Ich glaube, das ist so die stärkste Line, die ich, die ich, nein, nicht die stärkste Line, die ich jemals geschrieben habe. Aber ich glaube, das ist die wichtigste Line für mich in dem Song ist, warum stört dich das Kopftuch meiner Mama, warum verurterst du mich, weil ich wenig anhab? Weißt du, wann ich das geschrieben habe? Eigentlich war Fair schon fertig geschrieben. Und dann war ich mit meiner Mutter im Urlaub in Rodos. Und ich habe ihr einen, ich habe ihr so einen kompletten Bukini geholt, weißt du, den sie tragen kann. Und ich hatte halt meine Zahnseide an, wie immer, ne? So, und wir waren dann halt am Strand und ich gehe ja nicht ins Wasser. Ich will ja nur braun werden und sie ist halt so Wasser, dies, das und so. Und Leute haben uns so heftig angeguckt. Also vor allem, weil meine Mutter, die ein Kopftuch trägt, ich, die neben ihr liegt. Die Leute sehen, ich rauche, ich trinke ein Bierchen. Meine Mutter geht sogar an die Bar, um mir ein neues Getränk mitzubringen und so. Und die sehen das, dass sie das macht. Köpfe explodieren. Und in deren Köpfen ist so, hä? Wie kann das sein? Anstatt sich zu denken, oh cool, wow. Das sind so zwei Kulturen, die aufeinander crashen und die sind komplett cool damit. Da ist die Mama. Nein, die haben sie eklig angeguckt, die haben mich eklig angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig anhatte und sie zu viel anhatte. Aber deswegen habe ich die letzte Line noch einfach geändert. Und das war dann hier, warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist das der Flüchtling, der dir Angst macht und nicht die Nazis im Landtag? Das ist einfach, sorry, aber die machen mehr Leute Angst, die davor fliehen, weil eure Waffen sie dazu gebracht haben, anstatt die Leute, die hier in der Politik sind und einfach dieses Land kaputt machen wollen. So mit ganz, ganz geisteskranken Gedankengut. I swear to God, anders kann man es nicht sagen. Absolut. Stichwort Repräsentation. Was ja, glaube ich, auch Teil eben dessen war, warum, also du meintest, es ist Realness oder Authentizität. Ich glaube auch teilweise Repräsentation eben, warum Sixten so emotional eingeschlagen hat, auch wie es hat. Eben weil es, wie du auch meintest, eine Repräsentation war so, wie halt eben für viele Frauen, also für mich war das auch total so. Die Asi-Weiber. Und ich denke, die sind wie ich. Es war eben eine Form von Weiblichkeit, die ihr da represented habt, die so davor nicht wirklich gezeigt wurde. Auch Zeitalter, das war genau in dem Ding, weißt du. Ja. Eines Teams, das ja doch eigentlich fast ausschließlich weiß war. Hast du das damals irgendwie wahrgenommen, dass du aufgrund deiner Hautfarbe oder deinem Hintergrund irgendwie eine andere Position hast? Oder auch, was weiß ich, vielleicht auch andere Sachen zeigen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon allgemein in der Band gemerkt, dass ich eine ganz andere Position habe als Juju, weißt du. Und das war für mich auch ganz klar. Das war für mich direkt schnell klar. Auch weil unsere Fans einfach weiß waren, überdurchschnittlich so. Und ich glaube, vielleicht hat man mir damals nicht so richtig zugehört, weil es eher so auf die Partyschiene immer dann war, weißt du. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwas rausbringe, jetzt irgendeinen Song rausbringe und Leute mir wirklich Absätze schreiben, was der Song für sie gemacht hat und so. Bei Damals bei Sixten war es vielleicht nur eine Line, weißt du, was ich meine? Die irgendwie ein bisschen was von meinem Leben beschrieben hat oder sonst was. Aber es war nie so, dass es direkt straight war, wie bei meinen Songs jetzt, weil da geht es ja auch nur um mich. Da kann ich aber full power, da kann ich einfach direkt straight schreiben, was ich will. Und da kann man auch nichts verändern. Ich muss sagen, bei Sixten war eher Party. Und da war es auch immer so, dass wir dann auch immer versucht haben, ich kann ja nicht ein Thema vorschlagen und dann kann ein Studio sagen, nee, ist jetzt nicht so. Weißt du, da muss man, das ist halt ein Team. Wenn der andere darauf keinen Bock hat, dann kann man es nicht machen, so weißt du. Deswegen, daran lag auch zum Beispiel vieles. Aber, und dann, wenn du alleine bist, kannst du alles entscheiden. Dann kann dir auch keiner irgendwie was sagen. Und ich glaube, das war ein Riesenpunkt, wo mir die Welt so offen lag, sage ich jetzt mal. Wo ich könnte jetzt über alles schreiben. Aber ich fand es auch krass, so Kommentare eben damals. So, das war schon anders, wie jetzt Juju zum Beispiel kommentiert wurde oder du. Also so Sachen wie eben, die gehört abgeschoben und bla bla bla. Das sind halt so Kommentare, die sich so eine weiße Rapper wahrscheinlich jetzt eher nicht anhören muss. Nee, gar nicht. Ey, da waren auch Leute, sagen wir mal jetzt bei der Sixtentour, ich bin zum Beispiel jedes Konzert rausgegangen. Ich habe, glaube ich, nicht ein Konzert geskippt, wo ich die Leute, wo ich mit Leuten kein Foto gemacht habe, so. Und Juju war aber manchmal auch angeschlagen und wollte dann halt, oder konnte dann halt manchmal nicht raus zu Konzerten, nach dem Konzert Fotos machen und so. Und ich bin dann raus und ich dachte mir so, hey, at least kommt einer wenigstens raus, weißt du, was ich meine? Und dann gab es auch Momente, wo ich gekommen bin und dann Leute meinten, ach so, nee, nee, dann mit der nicht, nee, dann gehen wir. Weißt du, was ich meine? Ja, 100 Prozent. Oder wenn wir zu dritt dastanden, also wenn ich und Juju dastanden und dann ein Fanfoto machen wollte und dann auch gesagt hat, nee, nee, bitte ohne Nura. Gab es auch. Gab es auch. Richtig oft. Richtig, richtig oft, wo ich dann einfach auch zur Seite gegangen bin und die dann einfach auch ein Foto gemacht haben. Das ist so, ich habe, das war alles mir bewusst, aber ich habe nie darüber rumgeheult, so. Warum soll ich da rumheulen? Aber hast du sowas überrascht oder beziehungsweise warst du darauf vorbereitet, als du irgendwie berühmt wurdest? Dass es eben diese Aspekte deiner Blackness eben gibt, die du vorher vielleicht gar nicht so erwartet oder gesehen hättest, was dann kam, als man berühmt, wenn man merkt so, oh, okay, es ist bei mir offensichtlich anders. Ja, 100 Prozent. Ich wusste das auch. Also ich habe das auch voll früh schon bemerkt, dass zum Beispiel, wenn man auf der Bühne stand und ich dann auf der einen Ecke stand oder gerade gerappt hat, dass eigentlich niemand mich angeguckt hat. Oder wenn ich gerade performt habe, dass eigentlich alle da zu Juju geguckt haben. Das war alles, das wusste ich schon alles. Aber das Ding ist, ich bin, warum soll ich dann sagen, hey, so und so und so und so. Im Endeffekt müssten, das ist halt immer so, eigentlich müssten weiße Menschen sich für uns einsetzen, weißt du, was ich meine? Eigentlich müsste dann meine Partnerin Juju sagen, ey Leute, so und so und so oder wenn wir dastehen und jemand sagt, ich will nur ein Foto mit Juju, dann müsste Juju eigentlich sagen, nee, wir sind ein Team, weißt du, was ich meine? Aber ich werde niemanden dazu zwingen, sowas für mich einzustehen. Beziehungsweise, dass da überhaupt Awareness da ist. Genau, wenn du es nicht von alleine machst, dann will ich da gar nichts zu sagen. Aber jeder sollte für sich wissen, so ey, werde ich da was sagen, sage ich da was zu, lasse ich das jetzt einfach passieren. Ich für mich, ich werde niemanden hinterherrennen, der kein Foto mit mir machen will, weißt du, was ich meine? So, I know my worth, weißt du, was ich meine? So, du bist auf meinem Konzert, du weißt nicht, wie viel ich hier, wie viel ich dazu beitrage, so. In deinen Augen mache ich gar nichts, aber, weißt du, was ich meine? So, das ist so, die Leute haben einfach eine andere Sicht, also du bist gar nicht so viel wert für die. Und deswegen, warum sollte jemand sich mit mir irgendwie, und das war ja nur Weiße, jetzt mittlerweile sind mehrere Schwarze auf meinen Konzerten, aber bei Sixten waren hauptsächlich, muss ich echt sagen, 99% weiße Menschen, warum sollten die mit mir sich identifizieren? Natürlich nicht. Was ich spannend finde da, wie war das dann, wenn du meintest, also ist dir das überhaupt, A, von Anfang an überhaupt aufgefallen, dass im Publikum eher Weißes? Voll. Und B, wie ist es dann, so zum Beispiel Songs dann zu spielen, wie Ich bin schwarz und du hast so ein weißes Publikum, du siehst lausse weite Gesichter, die dir entgegenschreien, Ich bin schwarz. Deswegen hab ich ja den Song geschrieben, bis heute checken die Leute ja nicht mal, dass ein Song voller Sarkasmus und Ergonie ist. Ja. So, dass ich alle Klischees in einen Song eingebaut hab. Aber hat sich das komisch angefühlt teilweise und du dachtest so, irgendwie, wenn wir so lauter Weiße Gesichter, Ich bin schwarz entgegensingen. Die haben's ja nicht gecheckt, die haben's ja nicht gecheckt. Das ist wie dieser Deutschland-Song von K.I.Z. Weißt du, was ich meine? Dass Leute dachten, oh mein Gott, geil, endlich so. Aber die checken's nicht, die checken's einfach nicht bis heute. Die denken, es ist ein Song für die, dass ich, das, so, weißt du, was ich meine? Ich musste da dran denken, weil Dave Chappelle hatte das mal gesagt, da ging's um irgendeinen, und er hatte erzählt, er hatte einmal so einen Moment, wo er eine Show gespielt hatte, wo auch eben nur ein fast weißes Publikum war und er dann halt seine Skits aufgeführt hatte mit dem, er hatte doch diesen einen Schwarzen vom Ku-Kulux-Clan, Clayton Bixby. Clayton Bixby, ja. Genau, und dann diesen anderen Skit, wo er die, wo halt einfach viel das N-Wort benutzt wurde und dass er gesehen hat, irgendwann so, dass diese ganzen Leute, das Publikum lacht, und er meinte, er hatte dann irgendwann diesen Moment, wo er das Gefühl hatte, die lachen nicht mit mir, sondern über mich. Und das sind jetzt irgendwie, fühlt es sich jetzt gerade oft an, dass ich sehe, das ist so ein durchgehend weißes Publikum und das ist so, ha, ha, mach noch ein N-Wort, mach noch so wenigstig. Und dass für ihn sich da in dem Moment mal so was verändert hat, wo er gemerkt hat, also jetzt nicht von wegen, weißt du, sollen sich nicht meine Shows angucken, und meine Witze lachen das nicht, aber er meinte, das ist so, was ist der Grund, warum die jetzt gerade lachen wirklich? Und was ist der Grund, warum sie jetzt das und das so inbrünstig mitsingen? Ja. Und da dachte ich mir so eben, gab es so einen Moment bei dir dann auch? Ja, aber nicht wegen Rassismus, sondern witzigerweise auf dem Splash. Ich so, Happy Pride Month an alle und dann kam halt gar nichts zurück. Und ich war so, okay, so it's a homophobic thing right now. Und ich war so, okay, geil, cool, dass da so viele auch geklatscht haben und so. So, dieser Moment, da war ich so, und das war so ganz am Anfang von meinem Auftritt. Und ich war so, ach, hab ich jetzt noch Bock hier vor den Leuten mir meinen Jasch zu shaken, Alter? Weil, wenn die hier nicht diese, also weißt du, ich bin da sehr straight, sag ich dir ganz ehrlich. Egal, wer diesen Podcast jetzt anhört und sich denkt so, boah, die ist ja voll die Assozale. Nein, wenn du nicht dieselbe Meinung mit mir teilst, was das betrifft, dann verpisse ich aus meinem Publikum, ganz einfach. Ja, aber viele sagen auch immer, Nora macht Propaganda bei ihren Auftritten. Yes, bitch, I do that. 100 Prozent, ich mach 100 Prozent Propaganda. Nach meinem Auftritt wirst du safe nicht rassistisch sein, du wirst safe nicht irgendwie homophobe Sachen durch die Gegend schreien, so. Und du wirst keine Rolle mehr anfassen. Die Schwulisierung der Nation wird voran. Ich mach dich wieder clean einfach. So, aber ja, 100 Prozent, ich mach meine Propaganda. Ich werd safe meine politische Meinung jedes Mal auf der Bühne wiederholen, bis ihr kotzt. Mhm. Ja, du wirst nämlich ja auch im Laufe deiner Karriere zunehmend aktivistischer geworden, was jetzt Queer-Themen angeht, was aber auch eben die Perspektiven von der BIPOC-Community angeht. Und deswegen, genau, hab ich mich auch gefragt, dieser Wandel, wurde dir durch was Bestimmtes ausgelöst oder war es einfach eine natürliche Entwicklung? Ich glaub, das war eine natürliche Entwicklung plus die Wiesentmehr-Demo in Chemnitz. Das hat, glaub ich, 2018 einfach nochmal so richtig... Dich aufgeweckt. Ja, mich aufgeweckt, weil ich gesehen habe, wie viele privilegierte, weiße Menschen dort waren und gekämpft haben. Weißt du, was ich meine? Und ich war, glaub ich, mit Tarek K.Z. die einzige Schwarze auf der Bühne. Und, ja, und ich dachte mir so, ey, wär schon schön, wenn auch mal mehr mixed black brown people auch in der Crowd sind bei solchen Sachen, weißt du, was ich meine? Und ich denk mir so, boah, krass, guck mal, diese ganzen privilegierten Menschen müssten nicht hier sein, aber sie sind trotzdem da, weißt du? Und deswegen, ich feier das einfach übertrieben. Du musst es nicht machen, aber du tust es für andere. Und solange du Sachen für andere tust, liebe ich dich. Ja. Meinst du, dieser Wandel eben zum immer aktivistischeren Interesse von dir hatte auch dann damit zu tun, mit den Erfahrungen, die du dann einfach als schwarze Frau in den vergangenen Jahren in der Musikbranche gemacht hattest? Oder meinst du, das wäre so oder so bei dir passiert? Also, es sind auch nicht nur meine Erfahrungen gewesen. Also, es waren auch viele Erfahrungen von Freunden, die ich mitbekommen habe. Und, ähm, das ist, guck mal, ich hab so dieses Sprachrohr, dieses Instagram-Sprachrohr, wo mir viele Leute zuhören, wo ich durch einen Post richtig viel bewirken kann. Und das denke ich mir jedes Mal. Ob es jetzt eine Petition ist, ob es jetzt, ähm, jemand wird abgeschoben und ich kann diese Change.org posten und was verändern. Leute denken immer, man kann nichts verändern durch Instagram und so, aber kann man. Also, ich hab's, ich hab das ja die letzten Jahre bemerkt. Und Leute geben mir diese Power sozusagen, dadurch, dass die mir folgen und, ähm, auch sharen und so, wenn ich sag, ey, Leute, bitte, 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 wo eine Freundin von mir, die im Rollstuhl sitzt, jedes Mal mit der Deutschen Bahn Probleme hat. Das hab ich auch gesehen. Und sie auf ekligste, auf ekligste, äh, behandelt wurde. Und wenn man überlegt, ne, also, Leute, die im Rollstuhl sitzen, sind sowieso eingeschränkt. Und dann schränkt die Deutsche Bahn die noch mehr ein, indem die sagt, hey, wenn du reisen willst, musst du aber einen Tag vorher Bescheid sagen. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? So, wie, wie doll wollt ihr, wie doll wollt ihr noch diese Menschen selber noch mehr behindern in ihrem Leben? Weißt du, was ich meine? Wo ich mir denke, so, ey, kann, in jedem fucking Zug ist ein Schaffner. Dieser Schaffner schafft das nicht. Ist auf die Reihe zu kriegen, jemanden mit dem Rollstuhl in den Zug reinzukriegen, willst du mir erzählen, so? So, sorry, aber, ne. Und ich selber zum Beispiel werde dann auch immer voll sauer, wenn ich zum Beispiel so einen Post mache wie für meine Freundin und sage, ey, tut mir eingefallen, sonst liked ihr jede Scheiße, jedes Tittenbild von mir, jedes Hundefoto von mir, tut mir eingefallen, teilt das jetzt bitte. Nehmt euch diese zwei Sekunden und teilt es. Und wenn ich dann sehe, wie viele den Post gesehen haben und wie viele das geliked haben und geteilt haben und sonst was und es waren nicht mal die Hälfte, dann werde ich sehr aggressiv. Du kannst zehn Stunden lang auf Instagram sein, auf TikTok sein, aber du kannst nicht diesen fucking Link teilen, wo du merkst, so, da werde ich, boah, ich hasse es. Ich hasse Menschen, die keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen, die einfach egoistisch sind. Ich finde es voll eklig. Du kannst was machen und du machst es nicht. Bah. Meinst du, du warst es auch schon immer so oder kam das dann auch erst? Ne, das war immer so. Mit der Zeit, dass dieser Gerechtigkeitssinn sich mehr verschärft hat. Ne, ich war immer so, wenn ich sehe, dass irgendjemand Hilfe braucht und so, dann mache ich das sofort. Es ist einfach so. Gestern war ich zum Beispiel, musste ich von Probe zu Probe, war mit Chili, hatte Sachen in der Hand und so, hatte auf der einen Seite Hund und auf der anderen Seite Taschen und ich sehe vor mir, ist eine asiatische Frau, die die Treppen hoch muss mit dem Kinderwagen. Ich überlege schon, wo ich Chili ranmachen kann, dass ich ihr helfen kann und ich sehe, da stehen zwei Männer. die machen nichts. Ey, du weißt nicht, wie sehr mein Herz in diesen Momenten einfach blutet und wie, wo ich mir denke so, boah, krass, das ist wieder ein Moment, wo du, wenn du jetzt keinen Hund dabei gehabt hättest, wäre ich in den Knast gekommen, weil ich die Typen verprügelt hätte. Hundert Prozent, so weißt du. Aber ich sehe alles. Also ich bin ein sehr wacher Mensch. Ich sehe da, ist jemand die fucking Tüte kaputt gegangen und ich helfe da. Weißt du, was ich meine? Meine so, ist einfach, keine Ahnung. Also es war nichts mit Musik oder so zu tun, ich wurde so erzogen. Meine Mutter hat uns immer beigebracht, egal welchen Menschen zu helfen. Ja, Stichwort deine Mutter. Yes. Du hast ja auch. Mama official. Ja, du hast ja in einer doch mehr oder weniger extremen Form eigentlich gegen dein Elternhaus und die religiöse und kulturelle Prägung, mit der du aufgewachsen bist, rebelliert. Und so mit eben auch 13 raus und Berlin live und, ne? Ja. Hattest du je die Befürchtung, durch deine Emanzipation dadurch einen Teil deiner Identität verlieren zu können oder sie vielleicht zu verraten in irgendeiner Form? Oder warst du da schon immer sehr einfach, hey, ich weiß, ob ich mich so benehme oder so benehme, macht mich jetzt nicht weniger zur Tochter meiner Mutter oder zur Herr Bäscher oder nicht? Ja, schon auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite gibt es dann immer noch Menschen, die dann mein Verhalten gleichstellen mit der Religion meiner Mutter und sagen dann so, naja, die Mutter kann ja nicht so streng gläubig sein, wenn die ihre Tochter so rausgehen lässt. Aber sie sind halt so beschränkt in ihrem Denken. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, weißt du, aber ich muss nicht jeden meinen Glauben irgendwie aufbinden. Zum Beispiel gibt es in gar keinem Interview irgendwie, wo ich über Religion so dolle rede oder weißt du, was ich meine, wo ich halt für irgendwas mich bekenne, weil ich mir denke so, erstens möchte ich nicht, dass wenn ich sage, ich bin Muslima, möchte ich nicht, dass andere Muslime sich sagen, ey, du bist eine schlechte Repräsenterin für uns. Das will ich gar nicht. Deswegen, weißt du, deswegen sage ich das auch nicht und ich möchte einfach niemanden mit irgendwas verletzen, weißt du, ich will niemanden verletzen mit meiner nackten Haut und dann gleichzeitig sagen, meine Mutter hat ein Kopftuch und meine Mutter ist Muslima. Ich weiß, dass es Leute vielleicht aufregen könnte, weil sie Angst haben, dass deren Religion in ein falsches Licht gerückt wird. Deswegen mache ich das auch gar nicht. Ich lebe einfach mein Leben, ich glaube an das, woran ich glaube, aber nur mit mir selbst und trage das nicht nach außen. Wie würdest du heute deinen Impact in der Deutschrap-Szene benennen oder beschreiben? Als Teil von Sixten und auch eben als Solo-Nura? Mein Impact? Also ich denke, ich habe meine Daseinsberechtigung. Es gibt so viele Songs, die von Männern geschrieben worden sind. Und wir wissen nicht mal, ob die die selber geschrieben haben. Aber auf jeden Fall gibt es noch so viel zu erzählen von unserer Seite, von weiblich gelesenen Menschen. Und dann denke ich mir so, boah, krass. Dann gibt es aber noch so viel, weil wir in Deutschland leben, von der Sicht, die man aus einer schwarzen Frau erzählen kann und die man von einer queeren Frau erzählen kann und die man von einer muslimischen Frau erzählen kann. Also ich habe so viele Sachen im Schlepptau. Es wird niemals so sein, dass mir kein Thema einfällt. Weißt du, was ich meine? Und es gibt noch viel zu erzählen. Ja, ich glaube, das ist halt, wie gesagt, schon einfach eine schöne Entwicklung eben seit den letzten zehn Jahren. Und das hat einfach A-Frauen durch Leute wie dich und Juju eben damals, aber eben ihr auch beide Solo und alle, die jetzt danach kamen, einfach es, man braucht halt manchmal doch diesen einen Nordstern, den man so anfixieren kann, sieht so, ah ja, okay, das gibt es. Sowohl für Frauen in der Rap-Szene und die diese Musik hören, als auch vor allem schwarze Frauen, wo du, glaube ich, schon, weil es um deinen Impact ging, glaube ich, schon eine totale Sonderposition hattest, dass, glaube ich, viele schwarze Mädchen oder Frauen so einen Fixpunkt auf einmal hatten. Es war so, ey, so, und es gibt es schon auch. So, komm mal, wenn es Nura kann, so, dann kann ich das vielleicht auch. Ja, und das ist auch einer der Punkte, wo ich immer denke, so, nice, weil in der deutschen Landschaft ist es ja so, du siehst ja schon in den ganzen Werbungen dann ab und zu auch mal schwarze, aber dann sind es immer mixed people. Es ist dann immer eine Person, die halb schwarz, halb weiß ist, weißt du? Und ich bin full black, weißt du? So, vielleicht manche Leute sehen mich dann auch als mixed, weil ich so hell bin in deren Augen und jetzt nicht dark skinned bin. Aber Luciano, halb deutsch, halb schwarz. Weißt du, ich meine so, wo ich mir denke so, ja, okay, aber guck mal, ihr macht alle, also so, wo sind die dark skinned people hier? Warum kriegen die hier keine Plattform? Warum ist es so, so, jetzt so langsam kommt's, weißt du, wo Blade, Simba, die dark skinned Boys, die dann halt auch rappen und so, die dann auch mehr Fläche bekommen, so. Aber es ist, es ist auch sehr coloristisch hier in Deutschland, weißt du, was ich meine? Das ist so, natürlich, die Weißen kommen als erstes, dann kommen irgendwann mal die mixed people und dann kommen irgendwann mal die dark skinned people, so. Und das ist in Amerika so und das ist in Deutschland auch so und das ist heftig, deswegen, ich wünsche mir auch ein paar mehr dark skinned Ladies, die Musik machen, weißt du? So, ja. Hast du das Gefühl, du hast da teilweise auch diese Trope der Angry Black Woman bedient für die, dass ich denke, ah, guck, und dann bin ich dann quasi, das ist dann irgendwie erwähnenswerte, weil man dann halt eben in so ein Stereotyp reinsteppen kann, sagen so, ah ja, guck da hier, Nura, schon wieder so eine Angry Black Woman, die rumschreiten, sich aufregt, ha, 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 ha. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, da hat, witzigerweise habe ich auch jemanden von so einem Hip-Hop-Magazin outgecallt und das war sogar eine Mixed Woman, die mich dann aber als Angry Black Woman dargestellt hat. Und da ist auch wieder Colorism am Start, weil sie anscheinend nicht das richtig gecheckt hat, so. Stichwort Angry Black Woman. War das je etwas, was du dann auch so im Kopf hattest und du irgendwie dachtest, ich darf jetzt nicht so aggressiv auftreten, weil bei mir wird das jetzt wieder so wahrgenommen, als ob, also ich will nicht so ein Stereotyp bedienen, aber eigentlich, also, dass man da so eine Zerrissenheit manche hat, man sich denkt so, ey, ich habe voll das Recht, irgendwie wütend zu sein, aber wenn ich wütend bin, wird das ganz anders wahrgenommen, als bei anderen Leuten. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, aber manchmal gebe ich den Leuten das auch extra, extra so einfach, ich denke mir so, ey, du willst es, du kriegst es, ganz einfach. Man hat halt auch nicht immer die Kraft, wahrscheinlich auch sich jetzt nochmal hinzusetzen, jemandem zu sagen, ich habe überhaupt, zu erklären, so, das ist jetzt gerade eigentlich rassistisch, wie du mich behandeltst, sondern denkst du so, ey. Werde ich nicht machen, wenn ich jedes Mal für diese Erklärung, sei es jetzt jemandem erklären, warum er keine Braids tragen sollte, als nicht schwarze Person, oder warum er das und das und das, wenn ich jedes Mal einen Cent bekommen würde, ich schwöre, ich müsste keine Musik mehr machen, ich könnte meine ganze GEMA für Sixten auch abgeben, brauche ich auch nicht so, wirklich, dann wäre ich schon ein Billardärin, ohne Scheiß, gibt es das? Ja, aber da müssen wir mich leider enteignen, Nura. Ja, wirklich, als Redegard, deswegen, so, das ist für manche Leute, ist es schon richtig ganz Standard, deswegen sehe ich das auch voll oft bei Quattro Milf in der Story, sie schreibt aber, ey Leute, ich bin müde, ich muss euch das nicht erklären, ihr habt Internet, ihr habt Zugang, anstatt mir das zu schreiben, könnt ihr euch einfach weiterbilden, umsonst. Das kostet nicht mal was, muss ich dir das erklären, so, ich muss den Scheiß erklären, bilde dich einfach weiter, so, ich hab schon genug gemacht, weißt du, was ich meine, so, das ist so, da denke ich mir auch manchmal, ich hab keinen Bock mehr, über bestimmte Themen zu reden, ich hab keine Lust mehr, darüber zu reden, Leute hören doch sowieso nicht zu, so, ich setz mich da hin und laber, 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 jedes Mal über Feminismus, über Schwarzsein in Deutschland und sonst was, Leute hören nicht zu, die haben einfach keinen Bock. Es ist halt auch so eine zusätzliche Arbeitsleistung, das ist ja eigentlich auch übertragbar, ich meine, es gibt ja so eben unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen ja eh mehr leisten als Männer, die so auf Wochenzeit zugerechnet wird und ich glaube, bei Personen auf Color zählt ja nochmal drauf, eben so Erklärungsarbeit, die du leisten musst, sich erholen müssen von gewissen Interaktionen mit Menschen, wo du rassistisch behandelt wirst oder sonst was so, dass halt eigentlich schwarze Menschen auch einfach und vor allem schwarze Frauen so viel mehr Arbeit leisten ja auch als alle anderen Menschen, aber ganz viel der Arbeit ist unsichtbar und deswegen wird sie nicht wahrgenommen, aber deswegen glaube ich, ist das halt auch teilweise sehr erschöpfend. Ja, 100%, 100%. Wir kommen dann eben schon langsam hier gen Ende und dann ist natürlich die Frage auch oder eine meiner Schlussfragen natürlich immer, wir haben ja jetzt vorhin geredet, die aktuelle Lage weiblicher Artists im Deutschrap, was wäre denn schön, wenn sich ändern würde damit weibliche schwarze Artists in dieser Branche eine geilere Zeit haben könnten? Wie wär's, das ist jetzt mal ein richtig verrückter Ansatz, wie wär's, wenn man die schwarzen Artists genauso feiert, wie die weißen, die einen auf schwarz machen? Nur mal so eine Idee. Wäre ein Anfang. Das wäre doch was ganz Verrücktes, ich weiß, das ist eine heftige Idee, aber ja, das würde ich einfach mal, das würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wie wär's damit, wenn ihr die ganzen Cosplay-White-Girls einfach mal, ja, ne, wenn ihr einfach mal die schwarzen Mädels auch genauso dafür feiert, was die eigentlich machen, anstatt die ganzen Cosplay-White-Girls. Und das ist für mich, das ist mittlerweile sehr, sehr viele geworden und ich denke mir so, ey, ihr macht alles nach aus Amerika, so, und dann macht es jemand in Deutschland real, so, und dann sagt er, ne, 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 aber dann wollt ihr lieber das weiße Mädchen mit der Afro-Parücke, so. Das ist für mich so. Gäbe es denn gewisse Learnings und in dem Sinne Ratschläge, die du dann einer schwarzen Künstlerin on the rise geben würdest, aus deiner Erfahrung, die du jetzt einfach in den zehn Jahren plus in der Musikindustrie gemacht hast? Gibt's gar nicht, weil ich, es gibt, also ich hab jetzt schon, so, es gibt so geile Mädels, die ich jetzt gerade so entdeckt hab die letzten Wochen, Josie aus Frankfurt, ja, Josie from the Block zum Beispiel, oder charismatisch, find ich übertrieben geil, Aisha-Vibes, Rola, aber, ähm, boah, ey, so viele, charismatisch ist jetzt kein, äh, Black Girl, aber sie ist, ähm, äh, Asian, äh, Shan Lee, äh, Koka und Bounty, so, also, Koka und Bounty machen sogar, also, sorry, es tut mir wirklich sehr leid, aber die sind richtig heftig. Die werden auch immer besser. Die werden, also, das sind so richtige Bad Bitches, wenn ihr rüber guckt und euch denkt so, oh geil, Megan Thee Stallion und Cardi, dann habt ihr die hier in Deutschland. Also, du meinst, du musst denen gar nichts mehr quasi Ratschlag geben, sonst was, die machen schon alle? Nee, ich will einfach, dass die Leute einfach, die appreciaten und die einfach feiern und dass Festivalveranstalter nicht sagen, wir könnten jetzt keine 50-50, ähm, Line-Up machen, weil es gibt nicht genug Weiber, so, labert nicht, labert nicht, es gibt genug Weiber, so, ihr könnt, nächstes habt ihr keine Ausreden mehr, so, ähm, und ich glaub, das hab ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht, dass ich vor der Festivalsaison einfach übertrieben viele Weiber verlinkt hab, auf meinem Instagram gesagt hab, so, könnt ihr mir nicht erzählen, dass die nächstes Jahr nicht gebucht werden, so, ganz einfach, ich glaub, das mach ich dieses Jahr auch und, ähm, keine Ahnung, also, so, es gibt so heftige, geile, neue, ollen, Liz, Liz, auch aus Frankfurt, ähm, ähm, ich glaube, auch Migrationshintergrund, äh, Arab-Türkisch irgendwie so, deswegen, und, also, guck mal, ich hab jetzt voll viele genannt, die komplett verschieden sind, ja, die einen machen so Rap-Rap, da geht's jetzt gar nicht so um, ähm, um Bad-Bitch-Ding, dann machen hier Coco und Bounty machen so Bad-Bitch mit twerking und so, aber auch tanzbar und so, so, weißt du, und, ähm, charismatisch ist dann eher so ein bisschen so, äh, vibey und auch so girly-mäßig und so Hello Kitty und so, ich lieb's einfach, also so alles voll verschieden, könnt ihr mir nicht sagen, dass nicht irgendwas zu euch passt, so, weißt du, so, und deswegen, und diese Frauen sollte man supporten. Danke, dass du da warst. Danke, Nina, Coco. Das war sehr erhellend, wie immer. Dankeschön. Danke dir. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro-Musik Konstantin Gramala. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast. Erich Hversch und Beginnesen Aber erst wenn du da warst, gehen dir in den Worten nach, Hart-Gehel Holm Sie